also nicht böse gemeint die schmiede ich wollte nur mal zeigen dass es die schmiede halt gibt und dass man dort entsprechend ein paar sachen machen kann und dass es halt neu mit dem patch jetzt gekommen ist und das ist wirklich cool kann man nicht anders sagen ist richtig cool so gewehrpatrone habe ich nicht vergessen was ich jetzt vermisst habe man kann sich leider habe ich doch nicht vermisst ich nehme alles zurück und überhaupt das gegenteil ist derselbe name wie hier wenn du noch pausen klaus sucht auf youtube wirst du mich auf jeden fall finden aber bestimmt ist eine der anwesenden so nett und könnte eventuell meinen kanal mal posten ich spare mir dann jetzt gerade die insel mal weil ich einfach erstmal die laterne ausmachen möchte und sie dann weg stecke was total blöd ist weil man sie wenn man sie weg steckt e ausschaltet aber gut ja genau weil ich würde nämlich gerne noch eine werkbank auftreiben da hat der karl nicht ganz unrecht weil da gibt es auch noch etwas zu berichten zwei wölfe was soll das denn also wenn wir vielleicht einer kurz den meinen kanal link hier posten könnte im chat ach nee könnt ihr nicht entschuldigung könnt ihr ja gar nicht es sind ja leider links verboten im chat was das leider habe ich mit absicht so eingestellt weil das einfach manchmal sinn macht so kommt jetzt rauf hier muss ich jetzt hier echten umweg laufen um hier irgendwo aufzukommen das gibt's doch nicht hallo jetzt kommen komm schon ja genau so pass auf ich erlege das aber gerade mal kurz kommt sofort kommt sofort eine sekunde eine sekunde eine sekunde so 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 das ist der etwas kürzere link der andere funktioniert genauso denn der karl gerade gepostet hat den aber keiner sehen konnte außerdem karl also der karl hatten ja gepostet der weiß wie der link aussieht so vielen dank dass das freut mich auch total abonnenten sind sowieso immer super finde ich sehr sehr cool okay so gibt es hier da hier müsste es doch eigentlich eine werkbank geben oder soll ich hier mal irgendwo reingehen ne pass auf ich gucke erst mal hier draußen ob es hier draußen irgendwo eine werkbank gibt das ist ja auch nicht unbedingt so selten das erste was ich übrigens in dem livestream hier heute cool fand bezogen auf den patch ist die tatsache dass hinter so abgebrannten häusern einfach mal ein keller verborgen war okay ich stehe hier doch mal gerade rein alles klar ja wir gehen also am handy gar kein problem ja das sieht ziemlich nach werkbank aus das sah aber jetzt gerade erst mal ziemlich nach wolf aus wir haben schon wieder cast fast kein kein petroleum in der lampe nach wollen mit zahl welche mit der wohl mit das ist auch das erste was ich aber jetzt hier mal mache weil wir sind schon wieder relativ schwer ich lasse mal kurz die kohle hier und hier das altholz und kommen die metallschotter auch noch mal hier so ja das ist das ist super hier alles das ist super alles was hier auch kondensmilch her damit ich liebe kondensmilch okay das scheint hier so die 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 schlafsäle zu sein was ich auch wirklich sehr gelungen finde ist einfach dass es hier so so enge passagen gibt das hat mir im bergwerk eben schon schon sehr gut gefallen und jetzt auch hier es ist halt einfach wirklich was anderes für diese für diese region hat sich haben sich die entwickler vom hinter den studio von den hinter den studios wirklich echt ein paar sachen überlegt also da muss man doch einfach mal drauf kommen mir so schlafsäle zu machen wo hier alles ein bisschen verwüstet ist und so finde ich wirklich gelungen so jetzt ist allerdings die nächste frage wo gehe ich denn raus weil da draußen war ja ein wolf und bei mir draußen vor der tür sind schon wieder kleine kinder kleine kinder sollten sollte man hier 1933 was haben die kleinen kinder alle auf der straße zu suchen man weiß es nicht so wir gehen hier mal raus nein der nächste dessen internet zickt so ich versuche man gerade hier ein bisschen höher zu kommen und mal zu schauen ob ich hier irgendwo spontane werkbank sehe aber so richtig ist dem nicht so okay wir wechseln einfach mal hier rüber in das andere gebäude hier hier ich würde mich würde es schwer wundern wenn es hier keine werkbank ach bogen ja kommen ein guter idee auch hier kommen gewerb hat ohne hallo gewerb hat so ich hätte aber eigentlich gerne eine werkbank hier wird bestimmte werkbank herr wiener was habe ich gerade die laterne weggesteckt so hier wird es doch mit sicherheit irgendwo eine werkbank geben so das ist ein schreibtisch hallo metalltisch das ist fast eine werkbank ich ignoriere jetzt auch mal erstmal alle schränke ich würde nämlich wirklich gerne kurz gucken das gibt es echt nicht hier ist auch keine werkbank also zumindest nicht hier oben wir gehen mal runter hier haben wir noch die werkbank hier haben eine werkbank so ich mache die laterne aus und dann schauen wir auf die werkbank also das sind alle sachen die konnten wir vorher schon schnur angelzeug kaninchenpelz fäustlinge rede der stiefel ohne wolf felsmantel 2 bogen falschaft einfacher pfeil man kann auf der werkbank nichts neues machen und jetzt stelle ich mir die frage jetzt stelle ich mir die frage woher man denn so eine säge bekommt und kaum so perfekt ach wie viel glück kann man haben ja komm den haben wir auch mit wir haben ja ja ich bin ich bin hier der dings wie heißt er noch hör mal wer da hämmert more power und so ihr wisst schon wer kennt es nicht so jetzt gehe ich aber hier gerade noch mal noch mal ein bisschen rum man muss ja mal gucken was hier so los ist ach ist das so okay dann gehe ich kann noch mal zurück darauf habe ich jetzt gerade wirklich nicht geachtet obwohl ich das eben schon mal vermutet hatte dann gehe ich gerade noch mal zurück ich mache das laterne schon noch mal aus dann gucken wir noch mal also der karl schreibt die die pfeilspitzen wurden rausgenommen er stimmt survival bogen pfeilschaft einfacher pfeil dazwischen gab es immer die pfeilspitze noch die man die man machen konnte also quasi die hier die ist jetzt im ofen möglich und ja wie gesagt das improvisierte messer und das improvisierte bei kann man beim ofen machen so und jetzt würde ich aber gerne mal so ich mach die laterne wieder aus ich würde gerne das metallregal hier mal zersägen drei stunden acht mal metallschrott ja okay damit ist steht auf jeden fall fest der nachschub an metallschrott ist auf jeden fall erstmal gesichert für gerade für die pfeilspitzen jetzt kommt das nächste problem jetzt weiß ich nicht wie es mit der kohle aussieht wenn man so viel kohle braucht für den ofen dann muss es einfach eine möglichkeit geben irgendwo viel kohle zu bekommen wenn ich richtig gezählt habe brauchte man acht stücke kohle um den ofen auf die notwendige temperatur zu bekommen um da was schmieden zu können und das ist wirklich relativ viel wir haben jetzt glaube ich noch zehn mal kohle sowieso um den dreh mal nicht hätten wir gehabt ja das ist die frage die ich mir stelle der karl schreibt gerade jetzt kann man nur noch an einer stelle des spiels pfeilspitzen herstellen und da bin ich mir wirklich nicht so sicher also vielleicht täusche ich mich auch aber wer die let's play folge von heute guckt bei der es ja auch um den patch geht der wird feststellen dass ich relativ erstaunt kurz bevor ich die die neue map betrete feststelle dass auf der ebene ich mache das nicht gerade noch mal aus und stellen mich jemand in etwas hellere regionen so dass auf der ebene wo ich in der dritten staffel zu anfang meine base machen wollte ein haus abgebrannt ist was vorher meine ich mit ziemlicher sicherheit da noch stand und zwar ist das das haus wo ich in der letzten staffel zum einen bären bekämpft habe mit dem gewehr einen wolf bekämpft habe mit dem gewehr und und ich würde jetzt also wenn wenn das wirklich so ist und ich bin mir da sehr sicher dass dieses haus weg ist ich bin mir sehr sicher dass dann in den maps in den alten maps auch sachen verändert wurden und ich kann mir nicht vorstellen dass man nicht auf den anderen maps die möglichkeit hat pfeilspitzen herzustellen wenn das so wäre wäre das echt eine sehr starke einschränkung auf der anderen seite kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen an welchen plätzen man so einen ofen hin packen könnte rein von der logik her ins schiff pasta wüsste ich nicht wüsste ich nicht ja dr jones hat mich hier gefreut dass wieder mit dabei warst ich wünsche viel erfolg mit long dark.de hier noch mal an dieser stelle bitte alle die lust haben bei long dark.de vorbeischauen auf facebook auf twitter auf youtube dort findet ihr immer zeitnah alle neuigkeiten auf deutsch zu the long dark und den entwicklungen von hinterland studios ja vielen vielen dank fürs zuschauen so was schreibt der karl ich bin mir nicht mehr sicher was in den patch notes stand vielleicht kommen bald noch mehr öfen vielleicht findet man jetzt auch mehr spitzen ja dass das ist die frage also wenn das wirklich so sein sollte mit dem ofen finde ich ist es eine sehr starke einschränkung den ofen auf die eine map zu zu packen weil das ist wirklich ach hier ja genau wahl das ist wirklich was was also ja wobei also am anfang als ich mit dem long dark angefangen habe habe ich auch gedacht war gewehr und die patronen damit wirst du nie im leben hinkommen und irgendwie überleben können und dann habe ich irgendwann festgestellt okay boah so viele patronen brauchst du eigentlich gar nicht und dasselbe denke ich aber jetzt doch damals schon reing dasselbe denke ich aber jetzt mit pfeil und bogen jetzt muss man sich halt mal überlegen wie viel wie viel man mit pfeil und bogen eigentlich machen muss und wie viele pfeile man eigentlich wirklich braucht um um zu überleben so richtig weiß ich das nicht wie man das einschätzen soll hier ist eine tür da kommen wir doch mal wo die uns hinführt ja bergwerk und ofen da würde ich mich dem dem dock anschließen ist wahrscheinlich eher also rein von der logik her eher ungünstig in so einen bergwerk und ofen zu packen oder würde ich auch auch ähnlich sehen so was haben wir denn also ich wollte ungefähr zwei stündchen streamen das heißt wir haben jetzt noch 20 minütchen auf jeden fall das heißt wir können auf jeden fall noch ein bisschen erkunden war auch also metallschrott findet man jetzt auch deutlich häufiger metallschrott ist auch deutlich häufiger geworden jetzt ist auf jeden fall die frage wo gehen wir denn genau hin so da hinten sehe ich den wolf ich gehe noch mal zurück weil ich wollte ja ich wollte ja auf die insel da wo das wahlgerippe so frei rum lag ich würde sagen das machen wir auf jeden fall noch mich würde mich interessieren ob es da irgendwas gibt und auch eine sache die mich brennend interessieren würde ob es denn auf dieser map auch bunker gibt ich bin so fixiert auf bunker weil ich in den ganzen let's place keine keine bunker gefunden habe sehr enttäuschend sehr enttäuschend wie mutig ich einfach drunter jumpen uns auch auch unglaublich so zu der insel würde ich gerne noch zu der insel würde ich da gerne ich würde auch eigentlich gerne da hinten zu der insel aber ich weiß nicht wie weit man hier raus kann auch was was man mal testen sollte ja das ist wirklich gut dass du noch feilspitzen hergestellt hast ich hatte die wahl nicht ich habe so wenig kränfedern gefunden wie in keinen folgen zuvor wirklich hätte ich nicht gedacht aber es ist so ich habe so wenig kränfedern gefunden kann ich nichts nichts dran ändern deswegen habe ich nur noch zwei pfeile im inventar zwei funktionierende ich muss noch ganz ehrlich sagen ich finde den bogen zur verteidigung auch echt suboptimal da gefällt mir das gewehr deutlich besser das problem ist ja jetzt eben auch nicht haben wolf angeschossen der pfeil ist weg weil den wolf den finden wir jetzt wahrscheinlich nie wieder weil wir den halt auch nicht verfolgt haben kleine insel ja ich finde das trifft es auf jeden fall ganz gut da kommen die barflächen kann ich nicht hier lassen die muss ich mitnehmen deswegen ist der der bogen zur verteidigung für mich relativ ungünstig zur jagd im notfall okay also klar zur verteidigung im notfall natürlich auch okay dann ist halt ein pfeil weg aber dann ist der pfeil hat auch weg und mit dem gewehr kann ich zumindest noch mal auf risiko hinterher schießen um den wolf den bären vielleicht noch mal zu treffen wenn die im fluchtmodus sind so viel interessantes gibt es auf der insel irgendwie nicht ich hatte irgendwie vielleicht auf eine höhle gedacht gehofft oder so oder ein bunker auch hier auch ein bartflächen paradies ja ein bordflächen paradies ja natürlich klar klar aber also dann braucht man um den wirklich als als unterstützung nutzen zu können finde ich braucht es braucht es mehr krähen federn das machen wir nicht also ich vermisse ein bisschen die möglichkeit den den bogen effektiv nutzen zu können dass das kann man momentan halt noch nicht das ist finde ich ein problem ja das mit der haltbarkeit das kann ich wirklich nicht beurteilen da kann ich aber denke ich mal auf dein fachwissen vertrauen das kann ich nicht beurteilen weil die verlieren wirklich schnell haltbarkeit noch wie wie sieht das eigentlich aus habe ich ja 55 prozent ich kann jetzt nicht mal nachvollziehen wie oft ich mit diesem fall schon geschossen habe ich vermute mal zwei oder drei mal so oft habe ich an den bogen noch nicht benutzt ja geht geht schon schnell so es fängt an zu stürmen und ich frage mich ernsthaft wie weit ich hier noch gehen möchte oder ob ich mir nicht so langsam einen unterschluckt suche ja schon federn federn spawn nach dass das stimmt auch ich hatte aber jetzt gerade in der heutigen folge die ich gemacht habe mehrmals die situation dass an leichen zwar krähen rumgeflogen sind und das auch leichen war wo ich noch nie vorher war und da einfach keine federn waren null das kann jetzt auch durchaus zufall unter oder unglück gewesen sein glück war es auf jeden fall nicht glück war es nicht so viel steht fest okay die also die insel war war relativ enttäuschend muss man sagen jetzt ist die frage wohin es ist leider relativ kalt und ich würde sagen ich gehe jetzt noch mal bis zum leuchtturm es ist eh nicht mehr so lange und dann machen wir da feierabend denn kann man hier runterschießen oh ja die frage habe ich im letzten live stream auch gestellt die einhellige meinung war weil ich habe selber noch nicht probiert deswegen kann ich nicht beurteilen nein kann man nicht zum einen ist es glaube ich mit den waffen die man hier hat unmöglich diese krähen überhaupt zu treffen ich glaube ich meine es wäre der mad max gewesen der gesagt hätte das schon mal probiert aber hat sie nicht getroffen ich glaube nicht dass es geht ich habe sie selber noch nicht probiert dazu ist die munition aber auch hier die ich gerade benutze zu wichtig momentan für mich weil das vielleicht noch zur info ich bin gerade auf tiefjagd mit tiefen und jagd für die leute die das nicht wissen nämlich 50 tage überleben ohne aber die ersten 50 tage überleben ohne dass man ein gewehr benutzt und wir haben zumindest schon fast 20 tage voll deswegen bin ich momentan nur mit zwei pfeilen bewaffnet und rückblickend betrachtet muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen war es sehr blöd den ofen eben nicht zu benutzen um falsch sitzen herzustellen aber gut warten ist mit ist das ist nicht kann man jetzt auch nicht mehr ändern also weiß jemand denn von euch wie ungefähr das größenverhältnis dieser map sein soll dazu habe ich nichts gefunden ich habe mal kurz gesucht aber dazu habe ich keine angaben gefunden also ich weiß nicht welches größenverhältnis das ist so jetzt seht ihr das unterkühlt symbol unten links in der ecke ich habe also kein gefühl wie viel wir von der weg schon gesehen respektive erkundet haben deshalb an euch die frage habt ihr wo wir haben schon wieder nicht mehr so viel brennstoff das ist ärgerlich okay einfach mal dann machen wir das ohne lampe gerade mal kurz ich hoffe das ist für den live stream ok ich lager hier gerade mal ein bisschen um den stoff auch lackporling leder bartflechten so eine brechstange weg das ist auf jeden fall super dass wir die säge gefunden haben einen hammer schmeißen wir hin ach jetzt haben wir wieder ein werkzeug mehr was ich ungern hier lassen aber mit dem hammer einfach als alternative zur axt wir ein paar möbel zerdeppern können ich mache ja gerne irgendwas kaputt und die säge das ist natürlich auch da muss man vielleicht in zukunft das so regeln dass man einfach die eine oder andere folge im let's play dazu nutzt um auf plünderungskurs zu gehen dass man sagt okay diese folge nämlich hammer axt säge mit und besorgt einfach materialien wäre vielleicht eine option ansonsten sieht mit dem gewicht halt echt schon wieder eng aus weil dazu ist zu bedenken wir haben bisher ja nur die rede der hose gemacht wenn wir den wolfspelz mantel irgendwann noch dazu kriegen und die rede der stiefel und die rede der handschuhe das sind dann einfach noch mal irgendwie drei vier fünf kilo mehr die wir mit uns rumschleppen müssen rein als als standard klamotten so wir nehmen die mütze legen wir da rein und ziehen die anderen wird mal an wo wir sind wir sind echt am ende anziehen so und jetzt frau ist ist mal was du fällst ja fast vom fleisch kommen wir ja mein dosen darf nach jetzt jetzt können sie rantrauen so im chat konnte ich bisher noch nichts lesen ich vermute einfach mal ihr wisst auch nicht genau wie wie das größte verhältnis ist ob es eher so groß ist wie die anderen maps oder ein bisschen kleiner also die anderen sind ja auch unterschiedlich großen und der mystery lake ist schon schon sehr sehr groß die die karte mal eben die wollmütze angucken ob die nicht vielleicht doch noch ein bisschen besser ist als die die wir anhaben ohne leider nicht schade 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 so wie sieht es denn aus wir sind noch ein bisschen hungrig aber uns wird wieder wärmer das ist ja auch schon mal gut so können wir denn noch irgendwas essen ach so guck mal hier die salzcracker haben wir die auch weg gab es hier oben eigentlich noch irgendwas was ich übersehen aber nicht ach so doch ja klar hier regal noch fackel regal dass das kann man jetzt quasi alles zerlegen wie zum beispiel hier diese kiste ich finde es also ich finde es seltsam dass das mit einem hammer länger dauert als mit einer axt so eine holzkiste zerlegen mit einer axt kann man doch verarbeitetes holz was was zu einer kiste verarbeitet wurde nicht schneller zerlegen als mit einem hammer das ist eine sache die finde ich unlogisch ich lasse mich aber gerne im chat eines besseren belehren so ich möchte einfach da mit dem hammer mal draufschlagen weil ich einfach lust zu haben so sieht aus als ob man das mit der axt gemacht hätte wo ich natürlich jetzt nicht darauf geachtet habe ist ob man unterschiedlich viel holz raus nee man verbraucht man auch noch mehr kalorien als mit der axt also das finde ich finde ich nicht logisch wenn ich an meinen großen hammer in der garage denke und wie ich das vordach damit abgerissen habe was zumindest auf auf einem holz gerüst ab aufgebaut war aber gut lassen wir das lassen wir das ja ich würde sagen dass das soll es eigentlich gewesen sein für den stream kurz vor acht wir haben ein bisschen was von der neuen map entdeckt ich konnte die ganzen neuerungen zeigen dass das neue hat wir haben die neuen werkzeuge schon gefunden den hammer die säge mit der wir jetzt metall zersägen können wir haben die schmiede gefunden wo man jetzt die improvisierte axt das improvisierte messer und die neuerdings die pfeilspitzen die man nicht mehr an der werkbank herstellen kann als herstellen kann dazu braucht man kohle kohle findet man im bergwerk mehr schließt sich noch nicht so ganz wie viel kohle man wirklich noch findet das ist so eine sache man braucht relativ viel kohle um den ofen auf 150 grad zu bringen ja jetzt gucken wir mal wie viele bergwerke es noch gibt wie viel kohle da zu finden ist insgesamt ist der patch mal wieder gelungen das kann man nicht anders sagen ja the gamer 0 8 15 1 sehr gerne sehr gerne sepp ruhig mal durch ich kann die dritte staffel von the long dark sehr empfehlen da spiele ich auf dem schwierigsten schwierigkeitsgrad von the long dark und sehr spannend sehr spannend auch da sind ein paar sehr lustige szenen mit dabei ein paar sehr lustige begegnungen auch ansonsten tobt ich ruhig auf dem kanal auf gerne kommentare da lassen zu allem möglichen ja ich freue mich auf jeden fall dass ein paar leute eingeschaltet haben war ja eine sehr kurzfristige aktion ich bedanke mich an alle die dabei waren würde ich sagen und nächste woche freitag geht's mit einem live stream weiter das den hatte ich schon etwas länger angekündigt auch wieder ab 18 uhr wir werden auch wieder the long dark spielen auf jeden fall und eventuell spielen wir noch eine runde metal gear solid das ist beim letzten mal auch ganz gut angekommen oder irgendwas anderes je nachdem gucken wir mal ja in diesem sinne ich wünsche allen die da sind noch einen schönen abend karl dir wünsche ich viel spaß beim sport da wolltest du ja noch hin wenn ich das richtig verstanden habe und jetzt würde ich sagen machen wir schon mal verlassen machen wir nicht weil ich glaube ich würde gerne noch mal hoch gehen und einmal kurz ein stündchen speichern also schlafen und zu speichern vergisst nicht dass du bei der verarbeitungsstation in den spind einige sachen gelassen ja genau das habe ich in erinnerung nicht nur einige sachen sondern ganz viel sagen die ganze kohle ist da der ganze metall schrott ist da ja werde ich auf jeden fall im hinterkopf behalten ich werde versuchen ach schade gerade am live stream ende joint meine frau zumindest den chat ich werde versuchen diese folgen also die den stream jetzt von the long dark so weit zu fertig zu machen und ich werde den stream jetzt nicht in einzelne folgen unterteilen also doch ich werde das in einzelne sequenzen unterteilen werde die videos aber versuchen heute nacht noch fertig zu kriegen und morgen in einem rutsch als live stream folgen hochzuladen und für morgen gibt es dann gibt es für morgen eine let's play folge ich weiß nicht ob ich das zeitlich schaffe ich sage jetzt einfach mal ich mache für morgen keine let's play folge sondern wir nutzen dann morgen die live stream folgen ich werde versuchen die so in 20 minuten parts zu zu cutten dann kann man zwischendurch immer gut pause machen wenn man die guckt und ja dann habe ich für morgen ein bisschen zeit gespart dann haben wir zwei stunden video material ja ein bisschen ein bisschen weniger ja ich kann noch mal danke sagen es hat wieder sehr viel spaß gemacht und nächste woche freitag stream wird wieder ein bisschen länger also open end quasi erst mal und ja der gamer ich freue mich auch dass du den kanal gefunden hast finde ich immer immer sehr super ja ich bin auch auf twitter zu finden und auf facebook auch unter pausen klaus einfach suchen beziehungsweise wenn du meinen youtube kanal gefunden hast oder wer meinen youtube kanal gefunden hat findet in der kanal beschreibung alle links zu allen social media plattformen wo ich vertreten bin oder in meinem banner in meinem youtube banner sind die links auch noch mal drin wenn ihr keine infos verpassen wollt dann kann ich euch twitch quatsch twitter auf jeden fall anbieten da poste ich auf jeden fall wenn ich live stream und auch auf meinem facebook profil beziehungsweise auf der facebook seite auf meiner pausen klaus facebook fan seite da kriegt ihr auf jeden fall immer alles mit ansonsten ja kann ich nur sagen es hat wie gesagt sehr viel spaß gemacht und wir sehen uns dann hoffentlich am freitag wieder den karl sich am freitag nicht wieder so viel weiß ich du kannst leider nicht teilnehmen aber die streams stehen ja fest jeden zweiten und jeden vierten freitag im monat das wird auch so bleiben wenn das alles ganz gut funktioniert und ich da gut routine reinbekomme kann es so sein dass ich das eventuellen erweitern noch mal aber momentan zweimal monat jeder zweite und vierte freitag im monat stream ab 18 uhr open end in diesem sinne wünsche einen schönen abend und wir sehen uns dann beim nächsten mal bei den let's place in den kommentaren und ja das soll es gewesen sein bis dahin ciao ciao Woop!